Ich habe hier zwei Schnüre vorbereitet. Bei der Schnur auf der rechten Bildhälfte habe ich die Muttern in einem Abstand von 30 cm zueinander angebracht. Die Pfeile zeigen die Positionen der Muttern an. Betrachten wir die rechte Schnur beim Fallen in Zeitlupe, so hört und sieht man, dass die Muttern in immer kürzeren Abständen auf das Backblech auftreffen. Die Muttern an der linken Schnur treffen dagegen in gleichen Abständen auf das Backblech auf. Aus der letzten Einheit kennen wir die Gravitationsbeschleunigung G und die Formel für die gleichmäßig beschleunigte Bewegung S ist gleich G halbe mal T zum Quadrat. Mit Hilfe dieser können wir ermitteln, wie weit die Muttern vom Erdboden entfernt sein müssen, um in regelmäßigen Abständen, zum Beispiel alle 0,1 Sekunden, auf dem Boden aufzutreffen. Der Einfachheit halber können wir hier mit 10 m pro Sekunde Quadrat für die Erdbeschleunigung rechnen. Die erste Mutter muss daher in 5 cm Höhe angebracht werden, die zweite Mutter in 20 cm Höhe und so weiter. Wir vergleichen noch einmal beide Schnüre in Zeitlupe, links treffen die Muttern in gleichen Abständen auf, rechts werden die Abstände immer kürzer. Bereits Galileo Galilei versuchte durch ähnliche Experimente die Gravitationsbeschleunigung zu bestimmen. Zu dieser Zeit gab es noch keine genauen Zeitmesser, daher überlegte Galilei, wie er die Fallbewegung verlangsamen könnte. Er ließ dazu Kugeln eine schiefe Ebene hinabrollen. Durch die Neigung der Ebene konnte er die Geschwindigkeit, mit der er die Kugel hinabrollt, verändern. Umso flacher die Ebene, umso langsamer rollt die Kugel. Um einen gleichmäßigen Takt zu kontrollieren, sang Galilei Lida während er experimentierte. Er verwendete auch Wasseruhren und Pendel, um die Zeitdauer zu messen. Dadurch konnte er Rückschlüsse auf die Gravitationsbeschleunigung ziehen.